Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys und das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 8.12.2023. Unser DAX bleibt hier erstmal in seinem Körbchen sitzen, zumindest die Fahrtrichtung zeigt danach richtig an, haben wieder eine grüne Tageskerze bekommen und uns auch weiter oberhalb des letzten Allzeithochs gehalten. Das ist insofern wichtig, ob das jetzt hier noch auf großer Ebene ein Doppeltop werden kann oder nicht. Und sind aber auch aus dem Vortag nicht rausgekommen. Diese kleine Spitze, die wir hier drin hatten, diesen stärkeren Rücklauf, von dem wir gestern Abend gesprochen haben, für die heutige Analyse, die ist jetzt quasi einfach stehen lassen worden. Er hat über den Tag wirklich wenig gearbeitet. Wir hatten uns unten raus noch angeguckt und gesagt, dass ich persönlich eher ein bisschen vorsichtig wäre, weil er ja auch leicht auf, was haben wir gesagt, 5.50, 4.50, 5.30, 5.50, 4.45, 4.50 und selbst 2.50 wegdrehen könnte, wenn er denn wegdreht. Und hatte, glaube ich, deswegen so von ihm eingefordert, dass ich ihn gerne über 6.70 hätte, um zu beweisen oder um zu sehen, dass er beweisen will, dass er im Aufwärtstrend bleibt. Das hat er weder das eine noch das andere getan. Also er hat jetzt weder unten die Unterstützung angelaufen, noch hat er sich über 6.70 geschoben. Er war zwar relativ nah dran und hat immer kurz dran rumgescharrt, aber ein richtiger Kraftbeweis war das jetzt nicht unbedingt. Von daher würde ich diese Vorsicht, die wir am Vortag hatten, hier auf jeden Fall erstmal aufrechterhalten, insbesondere dann, wenn wir auch unter den Donnerstag abkippen sollten. Das heißt, neue Tiefs unter dem Donnerstag. Der war jetzt im Tief bei 5.95. Sollte man ein bisschen vorsichtig sein, könnte vom Rücklauf her auf 5.50 gehen. 5.30, ja, auch 4.4.60, 4.45 hier und selbst 2.50 wären drin. Nicht zum Freitag, das glaube ich nicht, aber 5.30, selbst eine 4.60, das denke ich schon, dass das realistisch wäre. Denkt aber an das Video von gestern, ist für mich auch wirklich nur relevant, wenn er unter 5.95 geht. Und nein, ich würde das nicht shorten. Ja, aber ich möchte nach wie vor erst meine rote Tagskerze hier drinnen sehen, um prozüglich irgendwo Schwarzsignalen zu folgen. Würde hier fast nämlich eher denken, dass er einfach nur seitwärts schiebt. So eine Inside-Days, die haben wir die letzten Tage öfter oder die letzte Woche öfter mal gesehen. Klassisches Beispiel ist hier die letzte Woche Montag. Ne, diese Woche Montag. Diese Woche Montag war auch so ein Inside-Day, einfach auf der Stelle ein bisschen rumgefummelt. Und dann Dienstag, fumm, wieder oben einen rausgestellt. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass er jetzt hier am Freitag oben rauskleiden muss. Könnte auch noch so ein Fummeltag werden und dann nochmal rausgestechen. Aber solange er hier auf hohem Niveau noch zur Seite schiebt, bleibt er auf jeden Fall erstmal noch im Aufwärtstrend. Ja, da ist noch kein Trend gebrochen. Spricht auch noch nichts dagegen, dass da auch weitere Hochs kommen können. Ja, und deswegen würde ich das vom Freitag einfach hier wieder adaptieren. Sagen unten raus, noch ein bisschen Vorsicht gucken, was er macht. Er hat jetzt erstmal relativ stabil auf diese 100-Punkte-Rücksetzer reagiert. Und das ist eigentlich erstmal gut für eine Trendfortsetzung. Jetzt muss er bloß zeigen, dass er über 6,70 auch Zug drauf kriegt und das erhalten kriegt. Na, ein bisschen fies wäre jetzt zum Beispiel kurz über eine 6,70. Dann stelle ich ihn dann unten 5,95 drunter und dann wieder nach oben zucken. Da können wir fast den Tag abschreiben, das wird ein Seitwärtstag dann. Ja, aber ansonsten gehe ich schon davon aus, dass wir über 6,70 die Chance kriegen, wieder in die 7,30, in die 7,60 rein und dann auch in die 800er-Zone, wo es dann wirklich heiß wird, weil hier liegen halt die ganzen K.O.s. Also hier haben sehr, sehr viele Leute, auch was wir so gehört haben, ihre K.O.s. Und die werden dann natürlich unter Beschuss. Und hier liegt, glaube ich, das Hauptfutter von all denen, die hier irgendwo in der Bewegung Shorts gesucht haben. Aber die werden irgendwo weit oben ihre K.O.s gegriffen haben. Und dann ist es ja so, dass die K.O.s halt Stück für Stück immer weiter, immer weiter, immer weiter runterrutschen. Und wie ich das so mitbekommen habe, sind die jetzt alle so in dem Bereich gelandet. Ja, deswegen hätte der Markt natürlich schon auch ein Interesse, da nochmal reinzustechen. Muss so nicht kommen, wird aber auch für den Aufwärtstrend sprechen, wäre er quasi noch in Trendrichtung. Und deswegen bleibe ich dafür offen, solange wir über die 6,70 drüber kommen und die auch gehalten bekommen von oben. Ja, denkt auch daran, dass wir mal gemalt haben, wenn der sich von oben auf eine 6,70 dann wieder abstößt oder sowas. Sowas will ich jetzt sehen und dann würde ich mir hier auch nochmal ein kleines Löngchen gönnen. Versuchen, die nächsten Punkte mitzuhandeln. Und ansonsten unten raus, wie gesagt, ein bisschen Vorsicht. Da habe ich keinen großen, ähm, na, wie soll man sagen, Aktionismus. Trifft es das ja? Habe ich keinen großen Aktionismus, da irgendwie was drin rumzufummeln. Ich finde die 5,30 ganz interessant, die 5,50. Könnte mir jetzt aber auch nicht zum Freitag vorstellen, dass er 5,30 anläuft und dann harte Umkehr nach oben. Das passt irgendwie auch nicht. Ja, das wäre ja so eine Nummer für einen tiefen Montagsstop. Wenn ihr jetzt Freitag zur Seite macht, dann tagt er Montag hier runter per Abwärtsgap. Macht das Gap zu und rennt dann nach oben. Sowas würde schon fast typischer reinpassen, wie jetzt zum Freitag hier nach unten. Und dann, dann so rein. Also das müsste er dann, wenn, dann auch früh gleich auf den Start machen. Aber glaube ich nicht, dass das, dass er das hinkriegt. Der wird wahrscheinlich eher auch so in dem, äh, in dem Dreh hier so rummeiern, wie er das jetzt zum Donnerstag schon gemacht hat. Ja, das soweit meine Erwartungshaltung. Marken sind bekannt, oben die Ziele auch. Ja, das ist im Extrem sogar bis 17.200 hier über die nächsten Tage. Ein bisschen Pause wäre ihm allerdings mal gegönnt. Vergesst aber nicht, sowas darf auch seitwärts laufen. Wie jetzt zum Beispiel der Donnerstag, die eben einfach in einer kleinen Pause zur Seite war. Gut, ich mache damit aus. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.